Nachdem dieser Paddelchef meinen Yannick Freestyle-Ball ein paar Mal weggeschossen hat, war er dann irgendwie komplett im Wasser gelandet. Zum Glück hat er diesen wieder für mich rausgefischt. Und ich war schon wieder ready fürs nächste Abenteuer. Er wirft zu und ich fange. Mies, jetzt meine Hose nass. Aber dann haben wir es geschafft. Aber wartet ab, was jetzt gleich passiert. Ich balanciere den Ball auf meinem Schienbein und will ihn dann zu ihm flicken. Mein Wurf aber ein bisschen zu kurz. Jetzt bin ich gespannt, was ihr denkt. Fällt er rein oder kann er sich nur auf dem Paddelboot halten?